Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Ipp und Ob mit dem gelben Krummobst. Hallo. Wir haben eine Idee gehabt, die ich... Eine Idee? Ich jetzt... Achso, du hilfst mir hier hoch erstmal. Du hilfst mir... Achso. Ja, stimmt. Stimmt, ich muss ja dann was tun. So, dann kommst du auch hier hin. Dann gehen wir hier rüber. Dann helfe ich dir hier hoch. Dann gehe ich wieder zurück. Kannst du den Rest? Kriegst du alleine hin? Das werde ich jetzt sehen. Natürlich komme ich da nicht auf das Ding drauf. Ich laufe weg von meinem Problem. Da sind noch Schwächen, ja. Ja, aber theoretisch müsste es so gehen. Theoretisch. Ich muss nur irgendwie da oben drauf kommen. Ja. Ohne mich? Ich muss erstmal irgendwie da drauf kommen. Ohne mich? Ich bin lebensfähig ohne dich. Wo man das nicht merkt. Tja. Tja. Komm mal zurück. Komm mal her. Komm mal zu Papa. Lass das mal dem Papa machen. Ich habe immer noch nicht Stromburg den Film gesehen. Immer noch nicht. Weil der dich nicht getraut ist, alleine ins Kino zu gehen. Ja, nicht. Du hast dich nicht getraut. Ein bisschen traurig. Allein ins Kino zu gehen. Ich bin nicht traurig. So. Ich möchte gerne auf diesen Typ da. Ja, dann lasse ich dir hoch. Ja, aber das bringt ja nichts. Weil du dann hinten nicht hoch kommst. Ja. Du kommst auch nicht da oben hin, ne? Von hier jetzt, wo ich... Hey, wenn du jetzt hier drauf bist, kommst du nicht so hoch, oder? Ne, ich glaube nicht. Ne. Ich glaube, mein Plan ist sehr gut, bis auf diese eine kleine Schwachstelle. Ich fand den eigentlich auch nicht schlecht, weil ich es nicht hätte machen brauchen. Ich schleich mich mal ganz awkward hier drüber. Vielleicht merkt sie es nicht, wenn ich einfach gehe. Huch. So. Du kommst ja da hinten nicht hoch. Ne, das stimmt. Also weit kommst du nicht. Warte mal, komm, ich helfe dir hinten nochmal hoch. Komm mal her. Komm mal her, du Tennisball. Komm mal her. Waren versehen. Mein Herz zerbricht jedes Mal ein Stückchen mehr. Ja, und jetzt? So alleine ohne mich? Und jetzt? Mach ich den hier, weil das macht Spaß. Es muss ja einen Grund geben, dass ich da auch irgendwo durch kann. Ja. Es kann ja nicht so sein, dass ich einfach nur hier hin sollte und du machst den Rest alleine. Das stimmt natürlich. Mal, welchen Grund könnte es haben? Es könnte den Grund haben, dass du, wenn du kannst dann von dem Ding hier hoch dahin springen. Mach, mach mir das mal. Ich muss diesen Plan in Aktion sehen. Komm mal hin. Komm mal hin. Komm mal her, meine ich. Ja. So. Auf mich. Hoch. So. Soll ich dich jetzt hier hoch? Genau, du kommst jetzt da hoch. Ja. Und wenn ich jetzt hier... Wie bin ich denn da hoch? Achso, nochmal. So, und dann soll ich... Ich glaube, du müssen von dem... Nein! So. Dann komme ich nach oben. Das ist der Stand der letzten Folge. Ja, richtig. Würde ich das nochmal kurz anmerken darf. Das stimmt. Ich komm her. Du müsstest halt eigentlich... Oh, ich muss mal husten. Vergiss dich nicht wieder... Nee, nee, ich bin da. Du müsstest halt eigentlich hier hoch, weil dann könntest du hier runterspringen und mit dem Schwung wieder hier hoch. Aber wie soll ich da hochkommen? Ja, das ist eine Frage. Könntest du ja höchstens... Von hier unten reicht es ja lange nicht. Nee. Und wir beide draufstehen würden. Und ich dann von deinem Kopf springen würde. Oder Kopf? Vielleicht, aber das schaffen wir. Das geht ja nicht, deswegen... Oder wenn du von oben runterspringst? Wenn du von hier hier durchspringst, reicht das nicht, um auf den Typ zu kommen? Wenn ich von wo? Von hier oben. Von da. Von da. Von oben. Und dann durch dein rosa Portal springst. Reicht doch. Ja, da bin ich da. Okay, und jetzt? Soll ich von... Jetzt kommst du nur hier oben hin. Aber warte, mach das nochmal. Was soll ich machen? Also jetzt hier durch und hier hoch? Also da durch das rosa? Zu dir soll ich? Ja, genau. Ja, und jetzt? Oh Gott. Und jetzt... Nee, du musst... Ja, ich vergaß. Nein. So. Du kommst doch jetzt auch hier drauf. Ja. Und jetzt kann ich dir Schwung geben. Und dann kommst du da durch. Ja. Und ich komm jetzt auch da durch. Ja. Yes. In your face, scheiß Rätsel. Wow, wir haben mal was geschafft. Oh oh. Ich muss hier durch, aber ich komm ja dann nicht da hoch. Hä? Geht aber auch nicht weg, ne? Ich meine, wir müssen ja hier eindeutig... Du musst also irgendwie da drüber. Du musst auf den langen drauf irgendwie. Ja, du musst irgendwie zurück und dich muss da hoch, aber wie ohne, dass es uns tötet? Ja. Ja. Genau so. Genau so tötet es uns nämlich. Wir müssen jetzt irgendwie erst aus dem Weg räumen, aber wie kommen wir hier unten lang? Nee, ne? Nee, nee. Das ist ja jetzt schon wieder... Nee, da sind wir wieder hier. Das geht ja nicht. Nimm mich mal mit. Der geht auch nicht irgendwie auf Seite. Vielleicht in der Kopp die Zeit? Ja. Wenn der wieder hoch geht? Ah. Das wäre aber holler, was für Koordinationen hier gefragt ist. Warte mal. Mal beim nächsten Mal. Oha! Beim nächsten Mal. Ich bin nicht gesprungen. Ja. Das habe ich. Komm. Spring! Ja! Sehr gut. Ehrlich, damit hätte ich jetzt nicht so schnell gerechnet. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber damit habe ich nicht so schnell gerechnet. So, du kannst hier durchfliegen und oben wieder raus und dann auf die Dinger da drauf, aber das bringt ja nicht so viel, weil ich jetzt hier festhänge. Aber du, so kommst du wieder zurück wenigstens. Du kannst mich hier befreien aus meiner misslichen Lage. Kannst du mir hier mal hochhelfen? Aber selbstverständlich. Das wäre charmant. So. Komme ich denn nicht da rüber? Nee. Äh, ach so. Ähm. Ah, nee. Diese kurzen Funken und dann... Ach nee, wir müssen das zusammen... Nee, doch. Nee. Doch. Komm, komm mal. Hilf mir nochmal. Hilf mir nochmal. So, dann hilf mir hier. Äh, falsch rum. Kommst du jetzt auch hier hin, wo ich gerade bin? Wenn du da durchfällst und dann direkt wieder hier nach links mit dem Rückfall? Nee. Nee. Sonst hätte ich, wenn wir dann von unseren Köpfen gesprungen wären, dann wäre einer rübergekommen. Also ich in dem Fall, weil du ja so direkt rüberkommst. Ja, das ist so. Nee, du musst schon mit dem unteren. Ja, das ist nicht hoch genug. Nee. Ist das hier irgendwas? Nee. Ich bleib jetzt so. Mhm. Das ist schön, ne? Mhm. Ach, Mensch. Also ich muss auf jeden Fall hier irgendwie rüberkommen. Das schaffe ich, wenn ich auf deinem Kopf stünde. Wenn wir hier zusammenspringen würden, das würde voll gehen. Mhm. Aber da kommst du nicht alleine hoch. Da ist zu wenig Schwung. Man, diese Erfolgserlebnisse, die halten nur so kurz an. Das ist voll scheiße. Total deprimierend wieder. Ja. Das ist so knapp. Das kann doch nicht sein. Das ist voll gemein. Zusammen komme ich ja auch nicht hoch, oder? Wenn wir jetzt ganz an den Rand gehen. Du springst, ich spring. Wo willst du hin? Nach rechts. Rechts? Hier hoch? Nee, komm ich auch nicht. Hier komm ich hoch. Das bringt mir auch nichts. Gibt es da rechts noch irgendetwas? Gibt es da rechts noch irgendetwas? Ah, da darf ich durch. Ja, also muss ich echt da unten lang kommen irgendwie. Ja, da kommst du dann raus. Gut. Hilft uns doch nicht, aber... Nee. Also irgendwie musst du, komm nochmal runter. Ich möchte nochmal da hin, wo ich hin muss. Also es gibt ja kein Zweifel daran, dass ich von hier darüber muss. Das heißt, du musst irgendwie hier hoch. Ja. Oder runter, wie auch immer. Je nachdem. Sagt mir wie. Ich weiß es nicht. So vielleicht. Nee. Irgendwie, da stelle ich mich wieder blöd an. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, weil es genau diese, genau die Höhe ist, das müsste ein Stück weiter sein. Mhm. Müsste ein Stück tiefer sein, dann wird es klappen. Das wird hier anders sein. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit, mehr können wir hier gar nicht machen. Ja, es ist ja, aber meine Güte. What the fuck? Äh. Hast du schon wieder gehustet? Ja. Warum? Weil du stumm warst. Ach so. Ich überlege vielleicht auch, aber nein, ich habe gehustet. Ich zünde mir eben eine Zigarette des Nachdenkens an. Eine Zigarette des Nachdenkens. Ja. Schön, dass die sind. Die hat plus drei Intelligenz. Vielleicht klappt es ja. Dann brauchen wir noch ein paar. Was soll das denn heißen? Nix. Ja, 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 ja. Komm jetzt hier hin auf meine Seite. Ja, meine Güte. Weiß ich doch nicht wie. Komm jetzt sofort hierher, Jacqueline. Na, facepalmt ihr schon? Vor den heimischen Empfangsgeräten? Denkt ihr euch mal, du musst doch das und das machen, du Idiot. Du Idiotin. Ja, oder so. Vielleicht muss ich ja auch noch irgendwas machen, keine Ahnung. Ja. Du machst mir hier so bequem, dass ich einfach warte. Ich habe hier noch gar nichts gemacht, also. Was? Ich habe ja gefühlt hier noch gar nichts gemacht. Nein, das stimmt ja so nicht. Ich habe hier noch gar nichts gemacht. Das stimmt ja so, aber. Ich habe keine Idee. Ich kann es ja auch nicht selber ausprobieren, weil ich nicht durch das Ding da oben komme. Ich würde es gerne selber ausprobieren. Ja, weil du mir nicht vertraust. Ja, genau. Was aber weniger an dir liegt, sondern einfach an meinen misstrauen Menschen gegenüber. Tja. Ja. Ich würde sagen, die Folge ist zwar nur 17 Minuten lang, aber wir beenden sie trotzdem, weil mir einfach zu nichts kommt hier. Dafür wird die nächste noch was kürzer, weil wir machen die nächste dann nur bis zum Ende des letzten Levels, weil ich muss noch was runterladen. Es wird sehr eng sonst. Es kann sein, dass diese Folge ist kürzer und die nächste wird vielleicht auch noch kürzer. Vielleicht sind es nur drei Minuten. Da müsste er dann durch. Dann schneide ich die vielleicht sogar eh noch zusammen. Ja, na, das wäre ja ... Wäre eine Idee, wa? Ah. Na ja, mal sehen. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal den DK anrufen und den Zombie und sagen, ey, Leute, wie geht das weiter? Wir danken euch fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr habt viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Ib und Ob. Und tschüss, sagt die Banane. Tschüss. Tschüss.